Welches ist das beste Mikrofon für Vocalaufnahmen? Diese Frage habt ihr mir in letzter Zeit öfter gestellt und deswegen habe ich hier im Studio mal fünf Mikrofone, die ungefähr die gleiche Preisklasse haben, zusammengesucht und habe sie gegeneinander antreten lassen. Was dabei rauskam, erfährst du gleich. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion InLogic. Wenn du schneller und effizienter InLogic arbeiten möchtest, empfehle ich dir unbedingt meine Logic Workflow Checkliste, die habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Gibt es das beste Mikrofon für Vocalaufnahmen? Sozusagen einen soliden Allrounder, das man für alle Eventualitäten, wenn es um Gesangsaufnahmen geht, empfehlen kann. Für männliche Stimmen, für weibliche Stimmen, für Rap, für Pop-Divas oder für Rock-Screamer und für Sprachaufnahmen. Gibt es ein Mikrofon, mit dem du alle diese Aufnahmesituationen gut beherrschen kannst und gut in deine DRW bringen kannst? Das wollte ich herausfinden und deswegen habe ich fünf Modelle, die wir hier im Studio haben, gegeneinander antreten lassen. Die kosten alle in ungefähr um die 1000 Euro, bis auf eines, das ist ein bisschen billiger. Und was für Modelle das genau sind, das zeige ich dir jetzt kurz. Los geht's mit dem Neumann TLM107. Das ist so ein Allrounder Kondensatormikrofon, das hast du schon oft bei meinen Videos gesehen. Das habe ich dabei gehabt, als ich auf Europa-Tournee sozusagen war, durch Europa gereist bin. Kondensatormikrofon, das Besondere hierbei ist, dass du die Richtcharakteristik umschalten kannst. Das heißt, du kannst hier zwischen Niere, Breiterniere, Superniere und der Acht wählen zum Beispiel. Du kannst einen Low-Cut-Filter voreinstellen oder auch den Gain einstellen. Das ist das erste Mikrofon, das ins Rennen geht, das Neumann TLM107. Als zweites an den Start geht ein Mikrofon von HAUN. Das ist eine Firma aus Obrigham in Deutschland. Das ist eine Nachbaute, das heißt hier HAUN Lutscher, du wirst gleich sehen warum. Ein Nachbau des legendären AKG C12. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Lolli. Kosten für Mikrofonvorverstärker, das ist hier unten und die Kapsel circa um die 1000 Euro. Die Kapsel kann man hier abdrehen, das ist das Besondere dran. Du kannst eine andere Kapsel draufstecken auf den Mikrofonvorverstärker. Ich bin sehr gespannt auf diesen Lollipop hier und wie der klingen wird. Als nächstes haben wir ein Bändchen-Mikrofon. Bisschen ungewöhnlich für Gesang, aber ich dachte mir, warum nicht. Das ist von Royer, auch eine deutsche Firma und das sieht so aus. Sehr viel gelobt, auch für Gesang, für Gitarren. Wir haben es auch als Drum-Mikrofonierung für den Mono-Room benutzt. Die Erwartungen sind dementsprechend hoch, ein wirklich hochgelobtes Mikrofon. Und ich bin mal sehr gespannt, wie dieses Bändchen-Mikrofon unseren Gesang jetzt gleich aufzeichnen wird. Weiter geht's mit einem Nachbau des Neumann U47 FET. Das ist von Saillet, Miguel Saillet, Milan Saillet, Entschuldigung, ist hier in der Nähe von Stuttgart. Baut Vintage-Amps und Vintage-Mikrofone nach. Habe ich auch schon öfter für Vocalaufnahmen hier benutzt. Sehr warmer, sehr angenehmer Klang. Kostenpunkt auch um die 1000 Euro. Das Original UE47 FET von Neumann kostet um die 4000 Euro. Damit alle Testkandidaten auch wirklich die Chance auf einen fairen Vergleich haben, habe ich eine Sängerin über alle Mikrofone genau den gleichen Songpart aus genau dem gleichen Song einsingen lassen. Das ist wichtig, wenn du Mikrofone vergleichen willst. Also es sollte der gleiche Sänger oder die gleiche Sängerin sein natürlich. Und es sollte auch der gleiche Songpart sein, damit wir uns ungefähr immer im gleichen Frequenzspektrum befinden. Wenn du jetzt sie in ein Mikrofon irgendwie einen Metal-Song einsingen lässt und in das andere Mikrofon eine Celine Dion-Ballade, macht das wenig Sinn. Also fangen wir an. Als erstes ins Rennen geht das Neumann TLM 107. Die Sängerin steht hier bei uns in der Gesangskabine, akustisch optimierter Raum. Der klingt gut, das weiß ich. Und was ich gemacht habe zur Aufnahme, habe ich vorhin vergessen zu sagen, ich habe sie nur durch einen Pre-Amp singen lassen. Das heißt, keine Kompression, kein Equalizer, weil ich wollte das Signal, so wie es durchs Mikrofon hier direkt in die DAW reinkommt, so neutral wie möglich wiedergeben. Jetzt hören wir nochmal rein, Neumann TLM 7. Hören wir es uns mal solo an, wie sich die Sache hier anhört. We're different and the same, gave you another name, switch up the batteries. If you gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. No way, though, all your heart, you can shame me. When I am with you, there's no place I'd rather be. No, 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 no. Also, ich finde, recht neutrale, saubere Wiedergabe jetzt. Genauso wie sie eingesungen hat, es ist nichts irgendwie überbetont. Wir sind hier unten, wenn sie so tief singt. We're different and the same, gave you another name, switch up the batteries. Zwischen 200 und 300 Hertz, aber das ist einfach, weil sie da sehr, sehr tief tatsächlich auch singt. Was mir aufgefallen sind, sind ein bisschen spitze S- und Plosiv-Sounde bei diesem Mikrofon. Schauen wir mal das nächste Mikrofon an und das ist der Lollipop, der Lutscher von Horn, wie der sich schlägt. If you gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. No way, though, I love your heart, you can shame me. When I am with you, there's no place that... Wenn wir auch hier mal direkt in der DAW rein. Stolen soups were different and the same, gave you another name, switch up the battery. If you gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. No way, though, I love your heart, you can shame me. Ich finde, hier haben wir etwas, was mir sehr, sehr gut gefällt. Und zwar höre ich im Gegensatz zu dem Neumann TLM 7 jetzt hier glasklare, saubere Höhen. So eine Art Diva-Touch und ich stehe auf Diva-Touch. Also wir können es mal direkt vergleichen. Hier die beiden Mikrofone, zwei haben wir jetzt von fünf. Hören wir mal da direkt rein. Und das Horn, der Lutscher von Horn, gefällt mir jetzt schon von vornherein besser. Aber schalten wir mal noch hin und her. Also ich finde, das Horn, das begeistert mich jetzt schon hier von vornherein. Und das macht oben irgendwie um die 8K oder ich kann es nicht so genau sagen, macht das wesentlich mehr Alarm und gibt so ein bisschen Glitzer dieser Stimme hier mit. Obwohl wir, wie gesagt, keine EQ, keine Kompressionen mit dazugegeben haben. Aber da ist irgendwie mehr Alarm und das passt zu ihrer Stimme jetzt richtig gut, finde ich. Und damit gehen wir weiter zum nächsten. Und das ist ein Bändchen-Mikrofon aus Royer 121. Das klingt jetzt für mich so ein klein wenig dumpf. Nicht ganz so viel Alarm in den Höhen, habe ich den Eindruck. Ich hatte so große Erwartungen an dieses Bändchen-Mikrofon hier, weil es so hoch gelobt ist. Aber es ist jetzt nicht so wirklich der Killer für mich beim ersten Hinhören. Wir vergleichen nachher nochmal alle, aber machen jetzt weiter mit dem nächsten Mikrofon. Ein ganz normales Shure SM7. Das ist das, durch das ich gerade auch durchspreche. Das ist übrigens das einzige Mikrofon, das unter 1000 Euro kostet. Das kostet sogar nur 450 Euro. Ich wollte aber dieses dynamische Mikrofon hier dabei haben, weil wir haben sonst kein dynamisches Mikrofon dabei. Deswegen wollte ich einfach zum Vergleich jetzt mal ein dynamisches Mikrofon nehmen. Und jetzt schauen wir mal, wie sich dieses Mikrofon, durch das ich jetzt gerade durchspreche, mit der Sängerin macht. If you gave me a chance, I would take it. It's a shot in the job, but I'll make it. No way that I love your heart, you can shame me. When I am with you, there's no place I'd rather be. No, 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 no place I'd rather be. We're different than the same. Gave you another name. Also ich höre hier auch, dass der, hier scheint der Bassbereich stärker betont zu sein. Und ja, das kommt hier besser rüber. Ansonsten ist das auch für mich, höre ich hier auch Explosivlaute oder Plosivlaute hier und S-Laute, die so ein bisschen stärker durchkommen. Auch wie bei dem Neumann TLM 107. Bisschen präsenter hier bei diesem Mikrofon. Ansonsten aber auch eine solide Vorstellung bis hierher, würde ich sagen. Bevor wir dann zum kompletten Vergleich nochmal zwischen allen kommen, testen wir jetzt das Sayé, das ich dir ja vorher nochmal genauer erklärt habe, von dieser kleinen Audio-Firma hier in der Nähe von Stuttgart. Ich bin gespannt. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Gut, ist jetzt, macht in den Höhen jetzt nicht, also im R-Bereich hier so, wie gesagt, 18, 12 oder noch höher. K, nicht so wahnsinnig Alarm. Es klingt sehr, sehr warm, dieses Mikrofon. Sehr warm, sehr weich, sehr samtig. Ist auch nicht schlecht. Aber jetzt machen wir es mal so, dass ich alle solo laufen lasse. Wir hören jetzt erstmal den tiefen Bereich an, wo sie tiefer singt und dann schalte ich alle nochmal durch, wo sie höher singt. Bin ich jetzt wirklich sehr gespannt. Wir fangen hier an. Du kannst hier jeweils immer mitlesen, welches Mikrofon ich aktiv schalte. Wir hören auf Solo und dann geht's los. Wir sehen uns. Gehen wir mal hier rein, wenn sie hoch singt, wenn sie höher singt. Nochmal vorne, fangen wir beim Neumann wieder an. Und Und Oh ja Sure, SM7D Bevor wir weitermachen, würde mich interessieren, hast du schon einen Top-Kandidaten? Schreib mir das mal bitte unten in die Kommentare. Welches Mikrofon hat für dich gewonnen? Ich habe meine Entscheidung schon getroffen, also jetzt auch gerade beim Durchhören nochmal. Das Neumann, das Horn, das Reuer, Bändchenmikrofon, das Shure, dynamisches Mikrofon SM7B oder Sayé Großmembran, Kondensatormikrofon von einer kleinen Firma. Welches hat für dich gewonnen? Welches ist für dich das Beste? Welches klingt für dich am besten? Das würde mich interessieren, schreibst du es mir bitte unten in die Kommentare. Und ich habe hier auch noch die Hold-Kurve von den ganzen Mikrofonen hier mit aufgezeichnet. Ich halte ehrlich gesagt nicht so sehr viel von Frequenzkurven. Ich finde das Ohr selber immer viel viel wichtiger, als in irgendwelche Kurven zu starren. Was man hier aber sehen kann, relativ eindeutig ist, dass das Shure hier im Bassbereich mehr Gas gibt als die anderen. Also erhöht der Bassbereich hier. Das kann man hier hinten aber glaube ich auch umschalten. Und gleich danach kommt das Reuer, das ja ein bisschen dumpfer geklungen hat insgesamt. Das siehst du hier. Ist auch mehr im Bassbereich und es ist in den Höhen nicht ganz so glanzvoll wie... Ich versuche es mal ein bisschen fairer zu machen, ist schwierig. Es hat am wenigsten Höhenanhebungen hier ab 7k, ab 7, 8k. Deswegen habe ich gleich auch gesagt, es klingt so ein bisschen dumpf. Dann haben wir das Horn, das macht hier... Das ist der Diva-Touch, muss ich mir merken. Was ist denn das? 12k steht hier, glaube ich. Das ist der Diva-Touch hier. Das siehst du hier, die gelbe Kurve. Offensichtlich diese glasklaren Höhen, die dieses Mikrofon wiedergibt. Das Neumann hat für mich die neutralste, saubere Wiedergabe gegeben. Das Horn hat den meisten Diva-Touch, das Reuer war recht dumpf, das Schuh war auch recht solide. Allerdings ein bisschen Probleme bei den Plussivlaufen und das Saie war sehr schön warm, sehr schön weich vom Sound her. Man hätte die ganze Sache jetzt natürlich noch viel genauer machen können. Ich hätte noch mit der Mikrofonpositionierung rumspielen können. Das heißt, die Mikrofon ein bisschen tiefer positionieren, um mehr vom Brustton mitzubekommen. Oder ich hätte die Sängerin jetzt nochmal 10 Zentimeter weiter weg positionieren können, wenn man das jetzt hätte ganz genau machen wollen. Aber was ist jetzt die Quintessenz von diesem ganzen Test? Ich würde sagen, nein, es gibt kein Mikrofon, keinen soliden Allrounder, den man so empfehlen könnte. Vielleicht noch dieses Neumann TLM 107, was ich hier habe. Aber das Problem ist jetzt, das war jetzt eine Sängerin mit Sopranstimme, die in den Höhen schon sehr, von ihrer Naturstimme her, schon sehr luftig einfach ist und das so von sich aus mitbringt. Übrigens auch die Plussivlaute, das weiß ich, weil ich sie oft aufnehme. Das kann jetzt sein, ich habe gestern eine andere Sängerin auch mit diesem Horn aufgenommen, muss ich dazu sagen. Und das war eine Altstimme, die war wesentlich tiefer, eine rockigere Stimme. Und da hat dieses Horn bei weitem nicht so gut geklungen. Also wichtig ist natürlich immer, welcher Mensch oder welche Menschin davor steht und dann musst du das Mikrofon dafür einfach raussuchen. Auch im Home-Recording-Bereich empfehle ich, falls du nicht immer nur selber einsinkst oder es ist immer der gleiche Sänger, dann empfehle ich ein bis zwei Mikrofone auf jeden Fall, weil ich finde, man hört die Unterschiede schon sehr, sehr deutlich raus. Okay, ich hoffe, dir hat dieser kleine Mikrofon-Shotout, dieser Test gefallen. Wenn du noch mehrere solche Videos willst, schreib es mir unten in die Kommentare und was ich vergleichen soll an Equipment hier im Studio. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben, über einen netten Kommentar oder im besten Fall über einen neuen Abonnenten. Und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Alles Gute und bis dann. Und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Mal.